willkommen zurück zu king den kamen und unseren kleinen dieb nicht so wir gehen jetzt mal hier rein aber die elster das passt mal auf das möchte ich jetzt mal gerne ausprobieren weil das ist ja elster ich will wissen ob was da rauskommen dabei aha genau das meinte ich also so für mich mal wenn wir die abschießen das wird auch was bekommen dafür kriegen wir den fall jetzt auch wieder er ist doch hierhin gefallen dann kriegt man nämlich eine halskette zum beispiel ach es drück ich alten aber jetzt haben wir eine halskette gekriegt wegen der diebischen elster eben und passt mal auf hier die wäre 184 wert mal gucken was wir überhaupt für dieses ding dann kriegen aber wenn wir so ein nest mal haben und sehen müssen wir das mitnehmen wenn es der pfeil weg ist hallo und die auch wenn jetzt der pfeil weg ist ja das aus wenn wir als nächstes wieder in die stadt kommen möchte ich gerne mal ausprobieren ob wir trainieren können zwecks trainieren können zwecks den bogen schießen und die nehme ich jetzt auch mal mit wie viel sind die eigentlich wert die ringel bluen fünf das ist nicht wirklich viel ich weiß dass wir die brauchen zum herstellen vom verbänden oder so zeug ne oder heiltränken oder sowas müssen wir mal gucken dann ich hoffe nur dass die wenn wir was kaufen gehen bei den händler und so dass sie am nächsten tag praktisch haben wir den geldbeutel wieder gespawnt haben weil sonst wird es eklig und nicht so läuft wie bei der witscher ich glaube einmal die woche oder so wie war das ich weiß das schon gar nicht mehr aber ist ja mal kräuter kundler kundler rätekunst wo warte kräuter kundler jetzt egal nehmen wir mit stackt sich der preis jetzt ne bleibt bei 5 ok machen wir jetzt mal 15 schöne ungerade zahlen und dann gucken wir mal weiter dann gehen wir mal zu den müller wo wir hin müssen muss ja da vorne irgendwo sein was ist denn das hier eigentlich distel mhm können wir hier was klauen ich frag für nen freund ne schade voll das klauschwein geworden aber was willst du machen wir müssen ja schauen wo wir bleiben okay müsste mal da sein rein theoretisch bei einem jungen mann die mühle ich würde das alles gerne mitnehmen das ist die frau von einem was geht gott sei mit dir hi ok ich sollte diesen ring bringen Pesek der Rataia Müller schickt mich mit diesem ring ein ring hier ist er nutzloser plunder du bist sicher heinrich was Pesek hat von dir gesprochen was zum warum wirfst du ihn weg hast du eine ahnung wie schwierig es war ihn zu beschaffen Pesek sagte er wäre dir wichtig nur plunder wie gesagt er hat dich bloß auf die probe gestellt er sehen wollte ob du die eier hast für uns zu arbeiten so machen wir das nun einmal mit den grünschnäbeln wir müssen schließlich wissen ob du auf sinnlosen prinzipien beharrst oder deinen kopf benutzt ich gratuliere du hast bestanden nun hätten wir ein paar aufträge für dich ich weiß nicht ob ich da weitermachen möchte also ganz ehrlich gut ja ne also ok cool dass man hier auch noch ein paar quests dann hat und alles ne aber eigentlich möchte ich nicht äh praktisch hier ähm klauen und alles möchte ich eigentlich gar nicht jetzt mal hier unten nochmal Aktivitätsgeber will ich gar nicht guck mal hier unten ist der Skistand da gehen wir jetzt mal hin von hier aus kannst du nicht schnell reisen da oben hätten wir auch noch einen mal Questgeber ne ja wartet mal können wir hier raus gehen können wir jetzt reisen jetzt können wir reisen ok wir dürfen nur nicht drin stehen ok haben wir das jetzt mal dann haben wir doch hier irgendwo nochmal ein Fragezeichen gehabt genau da vorne hier irgendwo ne ist es nicht ne das war da vorne ist es nicht ne das war da vorne ist es nicht ne das war da vorne ne jemand Kampfplatz hier können wir üben ok ich möchte das jetzt aber gerne mal ausprobieren mit dem mit dem Bogen ne ich sag euch also äh ähm ja oben rum schon ganz interessant hey bleib stehen zeig mir was du bei dir trägst na aufgeben was so lautet mein Befehl ah wir dürfen nichts geklautes dabei haben ok ähm willst du mich wirklich so aus als müsste man mich durchsuchen ja genau ganz bestimmt schade dann tue ich mich wenn es sein muss na gut du kannst gehen ok das heißt dann für uns jedes mal wenn wir in die Stadt gehen dürfen wir nichts geklautes haben das wird so oft passieren das kann ich euch jetzt schon versprechen dass wir abhauen müssen ah je scheiße da unten ist der Skistand wie kommen wir da runter weil ich würde halt schon verdammt gerne auf auf ähm klar mit Schwert und so klar aber ich würde schon verdammt gerne auf den gehen auf Bogen wirklich aber naja das müssen wir mal gucken und dann gehen wir mal haben wir ja noch ein paar Nebenquests wo wir noch erledigen müssten aber naja jetzt gucken wir mal hier gucken ob wir üben können bei dem hier und ob das sich verbessert dann bei uns die Agilität oder irgend sowas halt naja Meisterbogen Schütze guten Tag wie kann ich helfen ähm lass uns handeln lass mal gucken das ist schon auf 2 wow 279 ok Eschebogen wow ähm gut unserer sehen wir grad grad aktuell gar nicht ne weil wir keinen ausgerüstet haben ok warum haben wir unseren Bogen nicht ausgerüstet doch der ist auch ausgerüstet ok ähm Handtuch ähm Flüchtlinge ok ähm ich hab gedacht hier können wir üben lebewohl wir müssen ein bisschen schräg halten wir müssen ein bisschen schräg halten cool cool ah hier ist ein zerbrochener Pfeil dann also ich weiß nicht ob das was bringt können wir die mitnehmen oder glauben wir dann stehlen stehlen ok stehlen ok also wir müssen also wir müssen so halten ok ok aber ich weiß nicht ob das was bringt ich glaub jetzt eher nicht ich glaub jetzt eher nicht sind die jetzt wirklich zerbrochen Langstreckenpfeile ja da unten ok ja aber wo sehen wir denn das Gefährtenkarte Questlog Kampffähigkeiten ach du heilig hier können wir ja auch noch aber ich weiß nicht ich glaub das sind passive Dinger ne die wir nebenher mitmachen jagen hier ist auch die Kräuterkunde Heimlichkeit ok Buffs hemmlich im Kampfhämmer Bogen ne das ist ja naja da passiert gar nichts aber hier gibt's auch keine Nebendinger also wir sollten schon mit dem Schwert ähm versuchen hier zu machen ähm du hast bessere Chancen dein Gegner im Kampf eine blutende Wunde hinzuzufügen das sind Dinger die möchte ich gerne haben Angriffsserie jeder Treffer in einer nicht unterbrochenen Angriffskette bewirkt mehr Schaden als Treffer zuvor mhm ja also der Bogen ja wir müssen auf Schwertschild gehen das wollte ich wissen da können wir den Bogen eigentlich mitnehmen ähm grad wenn wir oben sind guck mal ob wir wir handeln können hier ähm grad wenn wir so Nester sehen oder sowas dann können wir sowas ähm mitnehmen und verkaufen aber sonst äh aber sonst äh brauchen wir das nicht so Jagdpfeile verkaufen ok da will nur Pfeile kaufen und so Zeug ok hätten wir das jetzt auch mal geklärt wichtig muss man alles mal vorher wissen was geht du Lappen was geht du Lappen ok ja ähm wir haben da oben das Ding noch eigentlich sollten wir da zurückgehen Skarlitz machen wir auch ab nach Skarlitz ähm 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 ah ah guck mal hier gibt's ne Quest ne hin weiße Quest ok aber entdecken tun wir das nur wenn wir ähm hupala ähm muss das so ich weiß nicht ob das immer noch gut ist hahaha so wir sind da ok ich hoffe unsere Taschen sind leer und an einem Taubenschlag ist das Ding müssen wir jetzt außen rum laufen diesmal gehen wir rechts rum so Skarlitz ist ja eingenommen worden ne das wissen wir ja immer noch an einen Taubenschlag und ich glaube ich weiß wo der steht ja den Bogen können wir mal benutzen und so ne aber im Großen und Ganzen müssen wir mit Schwertschild umgehen und da müssen wir dann gut werden hupala wo ist das Nest Nest das ist da oben irgendwo hier sehe ich das nicht oder ich bin blind ah da ist es doch ja so sieht man das auch nicht ja so sieht man das auch nicht was zum ok jetzt Rabenfedern cool also wir haben da nicht immer was drin ne müssen wir mal gucken ob wir das dauerhaft mitmachen oder nicht ich meine es war cool dass man wenn man mal so eine Halskette findet und so ne dass wir mal ein bisschen Geld kriegen aber naja ok also ich höre schon müssen auch gucken dass wir mal ein anderes Schwert kriegen und alles oh das sind mehrere wir können ja mal hingehen und helfen oh HALT Nasse du bist zur falschen Zeit am falschen Ort oh so lass mich mal kurz durch so lass mich mal kurz durch ok hey wenn die das nicht brauchen ich nimm's mit ich nimm's mit hat denn wieder eigentlich extrem geiles Zeug dabei ne nein so was extrem geiles Zeug äh Zeug Armschienen die können wir eigentlich mal tragen ne das können wir noch mitnehmen ja das Zeug ist geil aber ich denke mal nicht dass wir das verkauft kriegen Bandit Beutelweilen Dietrich die nehmen wir auf jeden Fall mit natürlich dann auch das ganze die ganzen Groschen kleine Schmiede guck mal die haben halt auch Beidlinge und so Zeug alles schön an ne ah die Kriegshammer Sperrruhe aber das ist halt alles schon kaputt die nehmen wir trotzdem mit die ist immer schon überladen hey wer ist da keiner alles schon ziemlich kaputt wer ist da ich überringe nimm mal mit verband nimm mal mit also passt mal auf ähm essen geiles Schwert wär jetzt geil ja niemand das Geld nehmen wir trotzdem mit oh da guckt mal Magdeburger Schwert nice ja die ganzen ja die Sachen sehen halt kaputt fertig aus ein Magdeburger Schwert oh was hat der so schönes natürlich wieder Groschen italienische ähm mhm 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 ok wahrscheinlich können wir dann auch nicht mehr schnell reißen wenn wir überladen sind ne aber mehr nehmen wir nicht mit aber das Schwert möchte ich gerne anziehen das Magdeburger Schwert ne was haben wir denn verletzter Torso Kopfverletzung und wir sind überladen können wir dann das hier fallen lassen wenigstens ein paar Kilo weg aber wir haben jetzt wenigstens ein schönes Schwert muss auch mal sein ne die träg ich hin nimm mal mit ist ja ganz klar die Groschen nimm mal mit ne West ja aber das ist gut dann kriegen wir wenigstens hier ein bisschen Geld zusammen klar könnte man hier hingehen dann immer alles wieder ähm komplett looten und dann äh wieder losmaschinen und verkaufen so unter einem Taubenschlag ist das Ding was wir eigentlich ursprünglich suchen und der kann halt überall sein der Taubenschlag was ich mich jetzt mal frage ist ähm was ich mich jetzt mal frage ist ob wir den das Zeug benutzen können im Verband wir sind nicht verletzt ok aber wo war jetzt der Taubenschlag ja mal alles mal ein bisschen abchecke wo war jetzt der Taubenschlag ich hab gedacht der war hier am an der Ortsmitte ne henni gedenkt da liegen ja unsere Eltern da ist ein Taubenschlag so lass uns das nochmal lesen ähm der Schatz erfinde den Schatz unter den Taubenschlag da ist ein Taubenschlag kann sich nicht bewegen hier die Schaufel die Schaufel die Schaufel ähh wo wir verkauft haben ach du scheiße jetzt sind wir umsonst hierher gelatscht weil ich denk mal nicht dass hier irgendwo noch eine Schaufel rumliegt gut wir haben ja noch zig Pfeile ne ich weiß gar nicht ob wir die mitnehmen ne ne also wie gesagt ich glaub nicht dass hier noch eine Schaufel rumliegt das ist bescheiden jetzt der Schwert sieht so gut aus ne da naja ich werde mal den anziehen dann sind wir voll ausgerüstet da müssen wir mal gucken ähm können wir hier weg obwohl wir überladen sind ja geht nein du kannst du trägst zu viel du kannst nicht schnell reißen das heißt für uns wir müssten eigentlich jetzt noch nach dinge nach thallenburg um alles zu verkaufen oder nach rovaner hmmm und hier wird es keine geben ne scheiße ja gut wir müssen ja eh zeitlos werden sonst können wir nicht runter aber ich will das ungern wegwerfen das ganze zeug weil die jetzt schon ein bisschen was wert sind ne fehlt uns die kack schaufel können wir nicht eine kraften ich glaub jetzt auch nicht dass wir ein Pferd haben noch ich weiß auch nicht mal ob die unten einen Händler haben dass ich gerade so angehört habe ob er ein Pferd von uns gewesen wäre scheiße das heißt wir können da nicht schnell reißen ok dann laufe ich jetzt mal gemütlich in diese Stadt in der Hoffnung dass wir das Zeug verkauft bekommen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder würde ich sagen ne dann hoffe ich dass es euch weiterhin gefallen hat wir haben jetzt mal ganz kurz das Fressbrett bekommen Fressbrett aber dafür haben wir jetzt ein schönes Schwert bekommen was gut ist und dann gucken wir mal weiter ja hier guckt man es aber auch ne Pfeil das ist unsere weil wir das Nest hier runter geholt haben und dann bin ich mal gespannt es ist halt auch noch die Frage ne Haltbarkeit und alles wie das Auswirkungen hat wie das so weiter geht dann ob wir das regelmäßig schleifen müssen wegen Schleifstein ganz klar schmieden müssen oder oder reparieren oder 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 ich bin mal gespannt wie das dann aussieht nun gut dann hoffe ich dass es euch gefallen hat wie gesagt und dann sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Video wieder bis dahin Tschö mit Ö